Die Vorteile gibt es genauso wie die Risiken. Ich halte das Ganze für einen Drahtseilakt, aber den man lösen kann. Unser Ansatz ist, in diesen neuen Entwicklungen wie in allen anderen industriellen Revolutionen haben ja auch Chancen gesteckt. Da wurde schwere Arbeit besser, auch die digitale Technologie erleichtert bestimmte Arbeitsplätze. Aber bestimmte Dinge werden auch digitalisiert und Menschen haben die Befürchtung, mein Arbeitsplatz könnte wegfallen. Die Chancen, die ich sehe, ist, dass eine ganze Reihe von neuen Geschäftsfeldern entsteht. Und die Chance, die ich aber auch sehe, damit Technik schlau wird, braucht sich schlaue Menschen mit viel Erfahrungswissen. Und dieses Erfahrungswissen weiterhin zu wahren, damit auch der nächste technologische Sprung noch gelingen kann und man nicht nur allein auf künstliche Intelligenz setzt. Da bin ich fest von überzeugt und dafür setzen wir uns ein.